Es ist ein Spiel in meiner Heimat. Es ist was Schönes, aber nicht speziell anders, wie jedes andere Auswärtsspiel. Ich glaube, die Fans von Sturm Graz machen es zu einem schönen Spiel. Gute Stimmung im Stadion und das kann uns eigentlich nur pushen. Das müssen wir positiv aufsaugen und sagen, dass wir auch gut Fußball spielen können.